So, herzlich willkommen Freunde, geflickten Unterhaltung. Wir sind gerade auf einer Grunt-Messe und auf der Suche nach dem Guardian-Sunaion, so wie diese Stadt hier auch heißt und so. Oh, eine Flak. Und, ja, kämpfen gegen die Allianz, zusammen mit der Arbitur und krass, und müssen jetzt Turrets ausschalten, damit die, ne, hier wir sehens, die Anti-Air-Turrets ausschalten. Was? Let's hack it? Let's hack what? What? Was sollen wir hacken? Gebäude, Topflug. Gleich. Servus. So. Ähm. Das finde ich so komisch, dass Kranz jetzt und auch Schakale jetzt schlagen können, ne? Das ist irgendwie so... Man erwartet es einfach nicht, wenn man es aus... Fünf? Fünf, ne? Ne, sechs anderen Spielen anders gewohnt ist. Oh, das Tier ist ja auch noch da. So. Okay, ich würde sagen, wir tampen jetzt einfach mal da rüber und machen da jetzt kein... Ja, danke, Tunaka. Ich weiß das schon selber, ja? Muss mir das nicht vormachen? Wir machen da keinen großen Hehl draus. Oh, oh. Können wir jetzt hacken? Hm? Du Sau! Wie kannst du es wagen? Hm? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, je, je, je. Das schwert mir mal mit. Ähm, hallo, hallo. Kabel, Kabel. Ah, Kabel. Ähm. Ah, hallo. So. Oh nein, wir haben die Messer aufgelöst. Wir haben doch noch gar nicht die Fürbitten gehört, Mann. Echt. Äh, wie sagt man da? Lauter to see? Omer Signore, lauter to see. Sei gepriesen. Das ist so ein Cospel-Chor da, so ein Grand-Cospel-Chor. Hallo. Ja, ja, ich weiß, komm. Okay, komm, Freunde, wir gehen einfach. Was soll der Geiz? Ja, Mann. Schau, ich habe nie gehört, dass Anheli ein Mensch wie so. Ich versuche, nicht zu lassen. Hallo, das sind Buddys, ja. Ich meine, die haben zusammen... Nein, wir kommen noch dazu, was die zusammengebracht haben. Ja, wer ist das Spielchen? Oh, ähm. Und vieles mehr. Wow, okay. Oh, Spirit. Hallo, hallo. Gut. Setzen wir unseren Weg fort. Hier lang, Tendential. Das hier erinnert mich jetzt so ein bisschen an Halo 4, an die Mission am Ende. Oder eine der End-Missionen. Naja. Oh, hier kann man durchsparen, schargen. Boom. Hallo. Munition, ja. Gefällt mir. Und Tendential. Nein, ich denke so. Ähm. Da können wir auch wieder durchschargen. Aber wir sollten erstmal langsam alles wegholen hier. Ich habe ja auch noch ein Schwert, ne? Stimmt, ja. Nicht vergessen. Zur Sicherheit. Gott, über diese Plasma-Granaten. Oh, hallo. Anyone? No? Gut. Oh, hier geht's on already. Oh, oh. Na, komm mal. So. Phew. Hallo, hallo. Ich muss hier auf. Mechanics. Trust me, I'm an Engineer. Ah, hallo. Ich denke, schätze, glaube, ich werde dich jetzt mit dem Schwert kalt machen. Hallo. Und dich stacken. So, das hat doch wunderbar funktioniert. Das ist ein Plasma-Quester. Okay, wir können den ja mal kurz quasi so als dezentes Flaggschutz benutzen. So, okay. Bam, einfach mal in die Luft. So, und hoffen, wir treffen irgendwas. So, come on. Ja, ja. Aber ich will eigentlich den Karabiner weiter mitnehmen. Deswegen machen wir das jetzt hier mal so ein bisschen irgendwie. Oh, wir haben zumindest ihn ein bisschen weak gemacht, diese Elite hier. Das ist doch schon mal was, ja? Damit kann man doch irgendwie, nein, arbeiten. Nicht ins Wasser fallen, nein. Ähm, ist da irgendwas? Nein, man guckt da. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Nein, ihr bleibt mal schön da. Oh, ist das nämlich nicht gedacht, hier. Kannst mal schön. Ja. Ich will eigentlich, dass die Elite durch die Suizid kommt. Das wär doch mal. Ich muss sagen, dass Schakale jetzt so lang sind, wenn die so rollen und so, dann denkt man zwischendurch manchmal kurz, das ist eine Elite. Also die Schakale ohne Schilde. Hallo. Oh, du hast mir Munition. Nee. Ist schon wieder ein Storm Raffle. Gott. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter, ne? Hallo. Oh, jetzt wieder ein Plasma Caster. Wir sind ja eigentlich Podcaster, ne? Plasma Caster. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Auf Plasma TV. Auf einen Plasma Fernseher, Carson. Ah, okay. Ja, aber Plasma hat ja auch das tiefere Schwarz, ne? Ja, klar. Völlig klar. Nicht unbedingt das schärfere Bild, aber das tiefere Schwarz. Hallo. Ich bin der... Mein Name ist Ezio Auditore da Frenze. Nein. Ich bin gekommen, um ihre Tochter zu ficken. Um was? Um Berto. Oh. Nein. Ach ja, good old times, so grosser League Allemann. Oh Mann. Oh, da ist so ein dezentes Shade. Hallo. Was sitzt denn da drin? Oh, eine Elite. Natürlich. Zum Glück nur ein Ranger. In Anführungsstrichen. Okay. Gut, das ist ja okay hier. Läuft ja ganz okay. Krabinermunition, sehr gut. Was ist denn das? Wow. Das ist ja ein echter Lux. Und das in unserem Reiten. Na gut, genug der schlechten, kopierten Witze. Oh Gott, jetzt kommt das auch noch dazu. Das heißt, der Guardian wird ein Waksud. Doppelt, Osiris. Hm, bringt nichts, wenn ich mit dem Fret draufschlage. Wäre sehr lustig gewesen. Das wäre so ein richtig komisches Easter Egg-Rätsel, was auch immer, äh, gewesen. Oh, ich hätte das jetzt bestimmt auch sneaky machen können. Oh, gut. Ich weiß nicht. Diese ganzen Grunts müsste man alle mal zur Therapie schicken. Im Prinzip, ja. Ähm, eine Wand aus Schilden. Gefällt mir nicht. Plakale mit Schilden sind, wie gesagt, unterschätzt. Das haben wir in Reach. Oh, ich hab ne Idee. Schon gemerkt. Hallo, Freunde. Tschüss, Freunde. Gut, ihr seid nicht alle runtergefallen. Oh, da ist ein Sniper. Oh, hallo. Party-Crash. Boah, der ist ein Sniper. Nein, das ist er nicht. Oh, Gott. Beim Vale. Starker, Ausschwärmen. Wie wär's? Was ist das, ne? Wo ist der? Ah, da. Da. I see. Oh, zum Glück. Wenn ich dich sehe, dann denke ich an mein Auto. Denn deine... Ahem, naja. Ja, Karneval war auch wieder vor kurzem. War... War wieder... Ja, doch. Ich möchte jetzt nicht solche... Solche... Wörter wie eskalativ finden. Aber doch, eigentlich schon. Ich komme ja aus der Region. Und da... Also, ich muss ja mal sagen. Ja, das habe ich auch schon getwittert. Ich twitter in letzter Zeit übrigens mehr und... Auch ein paar, ne? Ne, also da kann man vielleicht schon mal folgen. Ähm... Das wollte ich jetzt sagen. Karneval? Ich hatte irgendwas mit Karneval. Ah ja, genau. Ne, also wenn... Wenn Leute außerhalb von... Von... Vom Rheinland. Ja, so... Ja, hier ist ja Region Düsseldorf, Köln, etc. PP. Dann sagen, ja, wir feiern Karneval. Oder Fasching. Da muss ich ja immer ein bisschen lachen. Weil es ist jetzt nicht das Wahre. Also, das... Das ist schon hier so unser Ding, ja. Weil... Kollektiv sich alle auf der Straße gemeinsam besaufen und feiern und gut drauf sind und drauf scheißen, was sonst so los ist. Und einfach Bock haben und keiner irgendwie schlechte Stimmung macht. Das ist einfach... Es ist hellig. Ja, genau. Das ist keine Frage für mich. Nicht unbedingt die Umzüge, sondern... Ne, man trifft auch viele alte Leute wie... Und selbst wenn man... Ne... Einfach alle sind drauf. Und es ist scheißegal, was irgendwie mal irgendwo und bla und... Aber gut. Gefällt mir. Ja. Und vor allem, dass alle Bock haben zu eskalieren und... Ja. Weil es gibt ja auch oft Feiern oder so. Ja, klar. Aber da haben viele einfach keinen Bock oder sagen, oh, ich muss morgen noch arbeiten oder... Ne, beziehungsweise ist ja ein verständlicher Grund auch eigentlich. Aber, ne, oder ja, ich hab das. Klarhabend, überhaupt. Keine, weil scheißegal. Einfach. Da geht's einfach los. So. So, back to Halo 5, I guess. Oh, fuck. Ähm, nicht back to Halo 5. Keine, weil war schön, ja. Also, ja, und die Ringe hier auch, ja. Gut. Okay, ich glaube, wir müssen uns den stellen. Wie gehen wir das an? Freunde, was habt ihr für einen Plan? Fokus den mal. Lass mal mal, erst mal mal. Ach, scheiß, die Schlange, Granaten weg, I remember. Oh, fuck, oh, fuck. Hier sind noch mehr Granaten. Das ist gut. Dunaka, ich habe euch doch den Fehl gegeben, zu engagieren. Warum sitzt ihr dann hier rum, hm? Hörner! Was ist der andere jetzt denn? Oh, okay. Hm, ähm... I need a plan for that. Gibt's hier irgendwas? Ich hätte einen Plasma Caster vielleicht mitnehmen sollen. Plasma Caster. Oh, ah ja, stimmt. Hi, hi, hi. Wusste ich doch. Das war, das war nicht so sehr gezielter Schuss, aber gut. Hallo, Freunde. Der ist schon down. Tja, oh. Fokus den mal. Wow. Fuck, 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 fuck. Habe ich irgendwas Döses über dich gebracht? Nein. Doch, hänge schon. So. Okay. Hallo. So, alles klar. Alter, mein Fuß schläft ein. Was ist denn los? Oh Gott. Oh, jetzt geht's wieder nach oben, ne? Stimmt. Also wir sind jetzt quasi unten drunter rangegangen und jetzt wieder, ne? Einfach, ja. So, wir werden den Kontakt verloren. Wenn wir helfen können, Arbiter. Wir tun, aber nicht auf dem Risiko, zu verlieren den Guardian. Zu erreichen den Master Chief ist mehr wichtig. Guardian. Oh, guck mal, die haben so einen Fashion Mode. Okay, was ist Plan C? Hier, das ist so die abgewandelte Version, natürlich ein bisschen von der E3-Demo. Wenn ihr euch erinnert. Hier, hallo. Hm? Wow. Ja, genau. Ah. Äh, ja. Hm, okay. Denke ich. Was auch immer. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Okay, auf, 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 auf. Da, 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 da. Oh, snap, oh, snap. We got a problem. Oh, Gott. Ähm, Osiris, auf geht's. Wir müssen ein bisschen schneller zuschlagen, habe ich das Gefühl, endlich. Auf geht's. Oh, krass. Soundtrack und gescriptete Kram. Oh, mein Gott. Shit. Fuck. Ich, ich komme schon, ich komme schon. Oh, Gott. So, knapp. Oh, snap. Hier in Oben rum. Oh, fuck, foreigner. Oh, snap. Hier geht auch immer noch der Shit ab. Oh, fuck, fuck, fuck. Arbiter. Schon wieder so ein Badass-Move. Es ist unglaublich, wie der einfach so ein Nightmare eben so ein... J-Jazam. Kein Startpass, kein Startpass. Uh, uh, uh. Oh, Gott. Oh, fuck, ich habe ihn gewastet. Ähm, okay. Oh, erst mal den, ne? Der Watcher. Immer erst die Watcher, ja. Sonst gibt's Probleme, Freunde. Das muss man echt so vorziehen, ne? Das ist schon... Wo fliegt er denn hin? Hä? Was ist denn mit ihm los? Ups, hallo. Bist du denn hingefahren? Oh, das hat sich jetzt gerade so richtig nach erst wo die 2 angehört. Hm. Ah, deine Map zu Luke Skywalker. Luke Skywalker. The Jedi. Hm. The Force. It's real. Everything. Oh, my God. Twist. Twist. Hm. Okay. So viel dazu. Boah, der Arbitur ist auch so groß. Einfach vielleicht zu. Aber ich habe auch ein Schwerer, ich bin auch Badass. Guck mal hier. Arbitur, guckst du, siehst du mich? Oh, fuck. Ähm, okay. Shit, ähm, dann. Erst mal... Oh, hauptsächlich erstmal überleben. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ich habe mal hier so einen Suppressor. Zeit, euch zu unterdrücken. Mein Name ist Diktatorlock. Fuck, das war aber krasses Kreuzfahrer. Freunde. Ja, Vail, Vail, du schaffst das. Vail, du bist cool. Nice. Very much appreciated. Danke, Arbitur, du bist ein nice guy. Oh, ein Light Rifle, sehr gut. Bug wird schon wiederbelebt, alles klar. Ist ja wieder so chaotisch hier alles. Oh, die Nate, die habt ihr aber so gefressen, ihr Sp... Uiuiuiui. Ähm, okay, da oben steht immer dieser Hobo, den wir jetzt mal wegholen werden. Aber das gefällt mir gar nicht. Oh, und du hast auch noch einen Watcher-Freund, ja? Verschanzt sich hier oben, so einen ganz schönen Hinterfotzig, nenne ich das. Oh, was haben wir denn hier? Ihr seid alle doomed. Ähm, Server-Cats noch mal ein bisschen was tun. Und nicht nur so abwesend da rumstehen. Nein? Gut. Time to go on a vacation, würde ich sagen, ja? Kleiner City-Trip noch. Ah, fuck. Ähm. Ähm. Oh, fuck. Ähm, Warden, würde ich sagen. Ähm. 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 Oh, da ist... Überleben. Ah, mhm. Fuck, fuck. Oh, Gott. Oh, how did I manage that? There's a Knight, oh, Gott. Alles geht wieder außer Kontrolle hier. Erstmal voll nähen den Jungen da. Oh ja, sehr gut. So gefällt mir das. Ah. Nein. Komm, irgendwer. Hier, ich lieg hier hinten. Entdeckung. Ah. Tnaka, lenkt lieber den Knight ab. Oh, snap, oh, snap, oh, snap. Puh, okay. Du hast Munition, hab ich gehört. Nein, jetzt. Der Warden ist auch noch da. Ähm. Du machst dir nix. Hör mal auf, du Scheiß. Alter, da klingt man immer... Mann. Gott, Gott. Ich muss irgendwas gegen die Scheiß-Watcher erstmal machen hier. Machen wir am besten so ein Dings hier, weil sonst wird... So ist hier ein Watcher, Watcher. Da. So, ist hier noch ein Watcher. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ach, Mann, und wieder diese komische Kugel vom Warden aus sonst wo. Mann, diese Tote sind grad so unnötig. So. Hier heizen wir mal ein bisschen ein da hier. Was soll das? Geh ich gar nicht so. Da und... Irgendwo ein Watcher, da hinten ist noch ein Soldier. Arbiter macht auch nix. Doch, die Kugel ist wieder auf dem Weg. Die One-Hit-Kugel. Die böse One-Hit-Kugel. Boah, wir bleiben mal beim Suppressor. Das ist... So. Du, mein Freund. Dich hab ich noch gesucht hier. Na, bist du wohl. So. Ich würd sagen, jetzt gibt's mal ein bisschen aufs Maul. Oh, krass. Okay. Na? Kann auch Damage austeilen. Ja. Prost. Snip, 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 snip. Snip, 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 snip. Snip, 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 snip. Nicht festigt doch, komm. Da. Wie sieht das aus, ne? So, jetzt müssen wir irgendwie da mal auf den Guardian. Wie wär's, Freunde? Hoi. So. Ähm, ist er los? We're missing all the fun. That's twice. What, we're counting now? Black, you get one shot. Ready when you say, Commander. Now! All clear. Pony. Black! Black, come on! 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 Boxer. Fake, come on! Und das ist es? Wo sind wir? Was ist das? Aktivieren Mag-Brute! Wie stehen auf der Seite einer Schrauber. Das ist schlecht. Wir werden gut. Der Chef ist dort, oder? Spartan Jameson-Lock auf alle UNSC-Frequenzen. Sierra-117, bitte antworten. Die Guardian sind los. Geht los. Um eine hohe Altitude zu erreichen, wo es sicher ist, zu gehen. Das ist eine hohe Altitude zu erreichen. Das ist eine hohe Altitude zu erreichen. Das ist eine hohe Altitude zu erreichen. Das ist eine hohe Altitude zu erreichen.